Hallo Leute, der gelbe Kuhgeblitz ist wieder unterwegs, diesmal nicht alleine, sondern mit Rocky und Luna. Ich will heute mal was ausprobieren und zwar mache ich heute mal so eine Mischung aus laufen und gehen. Dachte mir, ich nehme mal die Hunde mit, weil ich mit denen heute noch nicht draußen war, tut denen auch mal gut, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, mal gucken wie das läuft. Es wird ja, wie hat der Bauer gesagt, Jowa. Das heißt, ich werde die Anstiege, wo es hoch geht, werde ich dann wahrscheinlich gehen, wo es gerade ist laufen. Ich bin jetzt ein bisschen warm gemacht und ja, mal gespannt, wie das so funktioniert, besonders mit der Luna, mit ihren kurzen Beinchen und ja, bleibt dran, kommt mit und schaut zu. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.